Sie wissen, ein Kind dieser Landschaft, man nennt ihn auch den Drubadur von Herne. Du bist hier zu Hause, jede Landschaft, Jürgen, hat... Oh, wie süß! Jede Gegend hat ihre Reize, ihre Schönheiten. Was ist das Schönste am Ruhrgebiet? Ja, man kennt eigentlich die Bilder, Schlote, Fördertürme, Kokshalden. Das Interessante und das Schönste am Ruhrgebiet sind eigentlich die Menschen. Meine Damen und Herren, ein Kompliment! Es geht weiter im Programm. Du bist aus dem Ruhrgebiet und du hast das nie vergessen. Und wir haben heute, oh, naja, wir dürfen nicht davon reden, aber wir haben ein wunderschönes Bier zusammen getrunken und auch zwei am hellen Vormittag. Das kann man eben nur hier.